An einem wunderschönen Tag simmste Maria ihrem Freund Josef eine SMS. Josef, ich muss dir was erzählen. Was denn? Ich bin schwanger. Warst nie im Leben? Doch, am Anfang erschrak Josef. Doch dann begann die Reise erst richtig. In der Nacht träumte Maria von einem Engel. Der Engel sprach zu Maria, ihr müsst nach Bethlehem für euer Kind. Sie suchten die Route nach Bethlehem und fanden sie. Sie wollten mit einem Auto nach Bethlehem. Doch das Geld reichte nicht für ein Auto. Sie suchten aus vielen Eseln den richtigen. Und sie fanden den richtigen für die lange Reise. Sie suchten in Bethlehem nach einem Hotel, aber alle waren ausgebucht. Letztendlich fanden sie aber nur einen Stall. Sie bekamen das Kind und die heiligen drei Könige folgten dem Morgenstern nach Bethlehem in den Stall. Sie kamen an und feierten die Geburt von dem Jesuskind. Und das war das Ende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.